Hi Alex von Texam hier. In diesem Video zeige ich dir Anstandsrestelasser, die besten und günstigsten Handy-Tarife im November. Für einen preiswerten Handyvertrag muss man 2021 nicht mehr 20, 30 oder 50 Euro ausgeben. Für 5 bis 10 Mac bekommt man schon viel geboten. Natürlich ist das dann kein Unlimited 5G-Vertrag bei der Telekom. Die vorgestellten Verträge sind alle im O2-Netz, denn nur dort findet man solche günstigen Verträge, aber ich selbst nutze das O2-Netz schon seit Jahren und komme gut damit klar. Auch 5G haben diese Verträge nicht. Das braucht aber auch keine Sau, denn mit 5 bis 10 GB Datenvolumen sollten die meisten normalen Nutzer sehr gut hinkommen. Ich habe letzten Monat übrigens um die 3 GB verbraucht. Nur so als Info. Falls du zum Handyvertrag auch noch ein passendes Handy suchst, dann abonniere doch meinen Kanal. Bei mir findest du mal die neuesten Reviews zu den aktuellen Smartphones. Alle Links zu den Verträgen findest du in der Beschreibung. Also wir starten mit einem Einsteigertarif von Premium SIM. Wir haben hier eine Allnet-Flatrate mit 4 GB Datenvolumen. Das heißt Flatrate-Internet, Flatrate-Telefonie und Flatrate-SMS von ursprünglich 8,99 Euro jetzt reduziert für nur 5,99 Euro Monatspreis. Das ist also ein Tarif für wenig Nutzer, die wissen, dass sie, wenn sie unterwegs sind, nicht so oft Netflix-Serien oder YouTube-Videos schauen wollen und meistens eher auf Social Media aktiv sind. Das Besondere bei dem Tarif ist, dass man zwischen einer 24-monatigen Laufzeit wählen kann oder gar keiner Vertragslaufzeit. Dann allerdings muss man einen Bereitstellungspreis von 19,99 Euro einmalig entrichten. Wenn wir bei dem Tarif jetzt in die Preisdetails gehen, dann sehen wir, dass wir nach dem 24. Monat ebenfalls den Preis von 5,99 Euro zahlen. Das heißt, der Preis erhöht sich also nicht. Das ist sehr gut. Außerdem gibt es bei erfolgreicher Rufnummer mitnahme einen einmaligen Bonus von 6,82 Euro. Insgesamt macht das dann einen effektiven Durchschnittspreis pro Monat von 5,71 Euro. Das ist für 4 GB Datenvolumen ein richtig faires Angebot und ein sehr guter Einsteigervertrag. Beachten solltest du allerdings, dass dieses Angebot nur bis zum 16.11. um 11 Uhr morgens verfügbar ist. Dann kommen wir an einen Vertrag für Normalnutzer, sage ich jetzt mal. Von sim.de haben wir hier 8 GB Datenvolumen und All-Net-Flat, das heißt Internet-Flat, Telefon-Flat und SMS-Flat von ursprünglich 9,99 Euro, jetzt nur 7,99 Euro monatlich. Das ist also für Leute, die gerne unterwegs auch mal YouTube-Videos schauen, sich eine Netflix-Serie anschauen wollen und auch ein bisschen mehr auf Social Media aktiv sind. Auch hier gibt es wieder die Wahl zwischen einer 24-monatigen Laufzeit und gar keiner Vertragslaufzeit. Dann muss man aber auch wieder eine Bereitstellungsgebühr von 19,99 Euro zahlen. Und wenn wir jetzt in den Preisdetails schauen, dann sehen wir, dass nach dem 24. Monat der Preis bei 7,99 Euro bleibt. Das ist sehr erfreulich. Des Weiteren gibt es auch hier wieder eine Rufnummer-Mitnahme-Bonus von 6,82 Euro. Das ergibt dann einen effektiven Monatspreis von 7,71 Euro für 8 GB All-Net-Flat. Das ist also auch ein richtig starkes Angebot. Beachten solltest du aber, dass auch dieses Angebot nur bis zum 16.11. um 11 Uhr morgens verfügbar ist. Und als letztes gibt es hier einen Tarif für viele Nutzer und zwar von Vinsim, den LTE-All-10 GB Tarif mit Internet-Flat, Telefon-Flat und SMS-Flat von ursprünglich 14,99 Euro reduziert auf 9,99 Euro monatlichen Preis. Das ist also ein Tarif für Leute, die wissen, dass sie unterwegs gerne öfter mal auf YouTube oder Netflix unterwegs sind, aber auch Social Media gerne konsumieren. Ebenfalls haben wir hier die Wahl zwischen 24 Monate Laufzeit oder gar keiner Vertragslaufzeit. Aber dann entsteht hier auch wieder ein Bereitstellungspreis von 19,99 Euro. Da musst du also schauen, wie flexibel du sein möchtest. Wenn wir bei dem Vinsim Tarif in die Preisdetails gehen, dann sehen wir hier auch, dass nach dem 24. Monat der Preis bei 9,99 Euro bleibt. Das erfreut uns. Genauso gibt es auch hier wieder einen Rufnummer-Mitnahme-Bonus von 6,82 Euro. Effektiv gibt es dann einen Monatspreis von 9,71 Euro für 10 GB All-Net-Flat. Das ist also für viele Nutzer auch ein richtig krasser Deal. Beachte aber bitte auch hier, dass dieser Deal nur bis zum 16.11. um 11 Uhr morgens verfügbar ist. Jetzt habe ich nochmal alle Verträge in der Übersicht aufgelistet. Und zwar hatten wir zu Beginn einen Einsteigertarif von Premium-SIM mit 4 GB All-Net-Flat für 5,99 Euro. Dann hatten wir hier von SIM.de einen Tarif für Normalnutzer mit 8 GB Datenvolumen für 7,99 Euro. Als letztes hatten wir einen Tarif von Vinsim. Dort bekommt man 10 GB aktuell für 9,99 Euro. Alle drei Provider gehören ja zur Drillish-Gruppe und ich bin persönlich bei Vinsim unter Vertrag, bin mit der Leistung sehr zufrieden und kann es nur empfehlen. Unterscheiden tun sich die Tarife eigentlich nur im Preis und im Datenvolumen. Wir haben hier 4, 8 oder 10 GB und dann wie gesagt 6, 8 oder 10 Euro. Außerdem kann man jeweils zwischen 24-monatiger Laufzeit und 0-Monate-Laufzeit wählen. Wenn ich mich jetzt für einen Tarif entscheiden müsste, dann würde ja eigentlich der Premium-SIM-Tarif mit 4 GB ausreichen, da ich ja letzten Monat um die 3 GB verbraucht habe. Ich möchte aber dann schon noch einen kleinen Puffer haben und als YouTuber brauche ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Deswegen würde ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, den SIM.de-Tarif für 7,99 Euro mit 8 GB All-Net-Flat nehmen. Bei der Vertragslaufzeit würde ich auch 24 Monate nehmen, das habe ich jetzt auch schon, einfach weil ich meinen Vertrag nicht so schnell wechseln brauche. Deswegen würden 24 Monate passen und da würde ich mir dann nochmal 20 Euro sparen. Und das waren auch schon die besten und günstigsten Handyverträge im November. Alle Links zu den Verträgen findest du in der Beschreibung. Welchen Vertrag würdest du nehmen? Schreib es mir in die Kommentare. Falls dir Bergaufbremser das Video gefallen hat, dann gib mir doch gerne einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und abonnier verdammt nochmal diesen Kanal, damit ich dich auch bald wieder nerven kann. Wenn du noch ein neues Handy suchst, dann schau dir doch links meine Top-List bis 400 Euro an oder hier rechts meine Top-List bis 300 Euro. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.